Nachspielzeit hier im Oste-Stadion. Es geht um das große Ziel. Niko Rieble hat den Ball in der Hand. Niko, lass dir Zeit. Um der alten Zeiten willen, lass dir Zeit. Nein, Niko, nie. Rieble wirft den Ball weit nach vorne. Aber Rhein hat ihn. Rhein hat ihn. Rhein hat ihn. Herzog schießt seinen Gegenspieler an. Herzog holt den Ball runter. Legt ihn quer auf Vollmann. Vollmann. Vollmann schießt. Nein, er schießt den Gegenspieler an. Er schießt den Gegenspieler so an, dass der Ball über die Seiten aus Linie trudelt. Nein, Vollmann hat ihn an der Eckfahne. Er will den Ball gar nicht dort für uns haben. Er will den Ball gar nicht im Spiel haben. Kopien gern Vollmann hält den Ball gar nicht im Spiel, weil wir Einwurf kriegen von der Eckfahne. Einwurf in der jetzt 92. Minute. 30 Sekunden der Nachspielzeit sind noch zu gehen. 29, 28, 27. Wir wollen nicht. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Lass den Einwurf. Du brauchst ihn gar nicht mehr. 14, 13, 12. An der Eckfahne tanzen. 9, 8, 7, 6, 5. Und nochmal Einwurf. 4, 3, 2, 1. Ab. Abpfeifen. Die Nachspielzeit ist vorbei. Mach jetzt Schluss. Der Schiedsrichter, was zeigt er an? Er wird jetzt nochmal begehen. Der Schiedsrichter, was zeigt er an? Zeigt er an? Er fällt ab. Er fällt ab. Wir haben es. Er fällt ab. Er fällt ab. Jawohl. Leute. Entschuldigt uns bitte, Vicky. Wir können nicht mehr. Es ist geschafft. Wir sind in der zweiten Liga.